Man kommt über seine Grenzen hinweg und lernt, was man eigentlich, zu was man alles fähig ist. Ich bin Leonie, ich wohne zurzeit in Toulouse und bin AWP bei der Assoziation RUDEL. Bei RUDEL bin ich chargé de projet, also ich organisiere Austauschprojekte, aber ich animiere auch Austauschprojekte. Es ist ein Programm für junge Menschen bis 30 Jahre aus Frankreich und aus Deutschland und es hilft uns, erste berufliche Erfahrungen im Deutsch-Französischen zu machen oder weiterführende berufliche Erfahrungen, wie es dann für mich der Fall wäre. Ich war meine ganze Schulzeit über eigentlich eine ziemlich schüchterne, zurückhaltende Person. Relativ zum Anfang meines AWP-Jahres, vor den zwölf Monaten, hatte ich die Möglichkeit, auf einer großen Bühne zu stehen, vor einem großen Publikum und etwas zu moderieren. Ich war super aufgeregt, ich hatte total Schiss, aber habe es geschafft und ich war sehr stolz auf mich und habe mir bewiesen, zu was ich alles fähig bin und ich glaube, dafür ist das AWP super. Auf jeden Fall,iero 2017. Untertitelung des ZDF, 2020